Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Firewatch. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen nachgeguckt und mir ist der Stein schon vorher aufgefallen, aber irgendwie, ja, ich war nicht nah genug an ihn dran und, sag, vergessen was. Da hatte ich ein Brett vorm Kopf. Wie gesagt, ich habe den Stein gesehen, aber... Haben sich meine Untertitel... Ja, die haben sich eiskalt... eiskalt, äh, ausgeschaltet. Warum auch immer. Ich halte nämlich kurz das Spiel einmal zu, aber fragt mich nicht, warum sich denn gleich meine Untertitel... Ich wollte gerade sagen, Map, please. Warum sich meine... Egal. Ich wundere mich immer noch, warum sich meine Untertitel rausgeschmissen haben. Naja... Da nicht hoch, weiter hier lang. Okay, es hat sich mit den Mädchen aufgeklärt. Das ist doch was. Und wir gehen jetzt zurück. Back to Cave 452. Wo auch immer hier ist, ich komme noch mal. Oh, dare you, du schmeißt wieder die Tür zu. Okay. Jetzt aber. Let's go down. Super Idee. Richtig tolle Idee. Hm? Würde ich auch machen. Okay, wohin kommen wir hier? Es geht auf jeden Fall weiter runter. Jetzt setzt schon wieder diese Musik ein. Wollt ihr mich eigentlich natzen? Warum denn? Oh, diese Musik ist echt, ne? Was? Nein. Mit dem Schuh. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, muss er die noch so ansehen, bitte? Oh, shit. Oh, nein. Oh. Oh, nein. Oh, okay. Okay, dann hast du uns hier raus. Ah, oh man. Okay, da sind wir wieder. Hey, Dee. There you are, I've been worrying my ass off. Hey, you, um, might want to take a seat. I've been sitting this entire time, I'm almost always sitting. What's, what's wrong? Das nur was in der cave war ein Körper. Ein Körper? Gott, was ein Beste. Delilah, es ist Brian Goodwin. Ich muss mich f***ing schulden. Wie ist das... Was? Ich weiß nicht... Wie? Ich glaube, ich glaube. Ich glaube, das war einfach so. Ich glaube, das war einfach so. Er war wahrscheinlich in der cave, und vielleicht seine Röpe gab es. Wer mich in da, wahrscheinlich nicht mehr über ihn wusste. Was machen wir jetzt, Dee? Ich meine, bist du okay? Nein, ich bin nicht. Tag 79. 70. Pack up. Belongings. Okay, hat er schon das Foto von Julian? Nein. Das ist ein Flugzeug. Das ist ein Flugzeug. Das ist das Flugzeug. Nein, ich war einfach viel zu packen. Es wird viel mehr sein. Das Service sagt, dass diese Foto 2% enthiert. Ist das der große Feuer? Oder der Sight-Fir? Die zwei Feuer wurden in ein unmitigungsverkundesmerk. Sie werden es nach meinem Bezug auf. Du bist schon wieder packt? Wir sollten nicht ein bisschen reden, über die Dinge? Was ist das? Was ist das zu Brian? Ich habe nichts zu sagen. Ich bin gut. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich denke immer über ihn da unten. Und... Ich will einfach weit weg von hier. Was kann ich machen? Wir müssen nur die Helikopter warten. Okay. Bis dann, kannst du das Signal follow? Vielleicht... Ja... Oh mein Gott. Wir wissen nicht, was es ist. Es könnte nichts sein. Es könnte auch jemand, der uns zu hören. Wer gemacht hat. Okay. Ja... Schau, du solltest alles, was du brauchst, in der wir die Calle bekommen, und du kannst nicht zurückkommen. Schau, wenn etwas passiert... Ich werde dich erinnern. Ich dachte, du solltest ein Plan zurückbekommen. Ja... Okay, ich hoffe... Ich hoffe, dass ich gerne das... den School Folder mitgenommen... Aber... Ich denke, ich habe alles, was ich... was ich nutzen kann. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Okay. Also noch einmal dem Weg folgen, ja? Alles klar. Wir suchen was. Schauen wir mal, was wir diesmal finden. Das ist ja genau das, was ich jetzt machen will. Ich wirklich, nicht richtig? Ich hoffe so. Schauen wir mal. Irgendwo wird er mich ja schon hoffentlich hinführen. Okay, das schaut doch gut aus. Mehr oder weniger. Darunter. Bin ich denn jetzt? Bin ich denn? Ich denke, ich bin nah dran. Alles klar, ich habe nur ein Wort, dass sie uns kommen. Mein Ort. Du bist Angst. Nein, es ist einfach... Brian? Ich werde mit dem Evac-Team koordinieren, und Sie wissen, wann Sie nach dem Tram gehen. Es ist Nord, weit weg, wo Sie das Kupfer gefunden haben, in May. Es gibt ein Tram im Ergänzungsgericht, Sie werden Sie nach dem Rendezvous pointieren. Jetzt gerade nicht wirklich close. Ich muss da irgendwie hin. Okay, gehen wir mal hier runter. Wahrscheinlich ja nicht ganz so verkehrt zu sein. Okay, ich komme näher. Sehr viel näher. Henry? Henry? Ja, irgendjemand hat eine Rope für mich aufzunehmen. Ich bin nach dem Meer. Wie wissen Sie, dass es für Sie ist? Es ist ein Träckungsgericht. Es war jemand hier. Und es ist eine andere Tape. Oh mein Gott, Henry. Ja, hi Henry. Hey, better find this before it burns up. Wir haben uns ein paar Schmerzen. Wir haben uns ein paar Schmerzen. Jetzt müssen wir uns aus der Lage sein, dass es fit für ein Leben ist, als der eine du zu finden kannst. Du wirst es, wenn du siehst. Du wirst es, wenn du siehst. Du wirst mich für einen Blick auf dich. Ich verstehe, warum Brian sie zu ihr. Vor ein paar Wochen habe ich mich überrascht, über dich zu finden, und das ist richtig, wenn alles in der Schmerzen war mit dir. Sie wissen nichts über die Kinder. Niemand weiß nichts. Es ist nicht Andy und Opie zu fangen, um die Woche zu fangen. Es ist nicht Mayberry. Aber du musst wissen, ich habe ihn nicht. Wir waren auf dem Bauen. und ich habe ihn教en. Brian war uneducatet in der Weise zu tun. Er hat einfach... Er hat einfach... Er hat seine Anker nicht richtig gemacht. Ich dachte, um zurück zu gehen, zu stellen und zu stellen, und ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen. Keine Frage nach mir. Sorry, Frau Frau. Wir haben die Überraschung. Okay. Was bedeutet das? Was ist das? Was ist es? Es war Ned Goodwin. Er war derjenige uns, nur... ihn. Ned Goodwin? Er hat die Tape gemacht? Ja. Er ist weg. In die Shoshone. Er will niemand wissen, dass er hier ist. Er... ist ja nur ein kleines Stück. Okay. Dann wollen wir doch mal. Ich hoffe, es kommt nichts dazwischen. Ich glaube, er hat sich überrascht. Er hat sich überrascht. Ich glaube, er hat sich überrascht. 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 Sklemsdorf. Und dann hat er sich einen Stuhl hingestellt. Das ist das Radio. Das ist das, was du willst, sagen. Wir sind im Mittwoch eines Feuer, die 22.000 Euro großartig ist und schnell ist. Es wird alles aufbauen. Na, mach ein Bild, wenn du es so gut erinnerst. Du bist nicht? Ich weiß nicht. Eine Foto. Machen wir mal. Ja. Das glaube ich auch. Okay. Sind wir denn hier auf der Map? Aha. Da war das also. Okay, jetzt muss ich erstmal gucken. Ich denke, ich muss zurück. Komplett zurück. Und dann gucken wir mal. Aber zuvor machen wir einen kleinen Cut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis dann. Ich hoffe, wir sind jetzt in der Machen und in der Machen. Wir sind jetzt in der Machen und in der Machen. Da bin ich in der Machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen.